Half-Baked Vor malerischer Kulisse Eins, zwei, drei Ich gewinne Eins, zwei, drei Ich gewinne Atze Er zerlegt oder? Er steht da da, als Chef Eins, zwei Nein Ich gewinne Eins, zwei, drei Ich gewinne Schön die Hose ausgezogen Ich habe auch die Taktiken bei Opa aus bei Dora Wir wissen, wie du tigst Aber leider beim falschen Rhythmus Wir kriegen die Railgun for free Das ist natürlich nice Warte, ich muss kurz den Keks wegkriegen Hat die Railgun einen Rucksack? Nee, aber die Railgun ist gegen Stürmer und so Okay, dann lassen wir es mal Nee, dann bleibe ich mal das Stahlwart Nee, ich glaube, ich werde die auch nicht benutzen Zumindest kann man sie umsonst bekommen Zur Not Zur Not Frisst ja kein Brot, ne? Wie man so schön sagt Den Mörser nehme ich mal nicht mit Oder ist das besser so? Müssen wir machen eigentlich? Äh, also Eier zerstören, glaube ich Da nehme ich mal ihn hier mit Warte mal Ja, ich wollte gerade sagen Position sollten wir schon immer voll haben Auf meinen Nacken, an der Schulter Ich schaue ich niemalsmals Dazu ist aber wirklich weh Ich habe jetzt nicht schlafen Leider wird das hier Wider wird das Fett sein Oh, leider Oh nein Ich habe mich verfehlt Ich habe mich verfehlt Ich werde die Himmel dieser Welt Noch einmal erhellen Alter, drei Stücke, oder? Seh auf Er bitte auf die Kahl schlagen Ach du Scheiße Und hier kommt ein Titen Titen Alter, what the fuck Wo sind wir denn hier gelandet? Am Extriction Point Am Extriction Point Lol Ja Deine Modasäure, Titan, ey Gut, noch nicht mal mein Nix holen Hä, wie seid ihr weiter nicht da? Hast du bei Ich bin tot Weil ich sie entworfen habe Noch nicht Ich bin tot Vielleicht kann ich ja auf dem Titen landen Anfrage bestätigt Verstärkung ist unter Kacke Bin durch'n durchgefroren Was gibt's denn da? Ja, bin da Angehittert, ne? Äh Ja, was will denn der von mir? Verpiss dich Alter, wir werden so überrannt Ich schicke einen Adler rein Ich schicke einen Adler rein War ein Pitzig Jäger Ich glaube, der war so hart gehittet Urge Ja bitte Es hat nachgeschmissen Bezhengedauert Wir benötigen ein Geschütz Ich schicke einen Ich schicke meinas Ja bitte Ich schicke mich Ich schicke Nein Ich schicke ich stelle mich jetzt mal hinter die geschütze das ist sicher da stand ich auch recht gegen den hat er geschossen das natürlich dann keine mein hinterricht lassen unter den geschützten der jagt mich immer noch hier ganz zu gehen Boah, das Kanonengeschütz ist ja mega geil Okay, also am Extraction Point landen ist auch nicht immer so eine gute Idee Ne, haben wir jetzt gerade schmerzhaft festgestellt Ja, weil du hast ja immer gesagt, dass ich scheiße auswähle und dann hast du gesagt, schön am Extraction Point landen und dann... Hallo? Das heißt ja nicht, dass hier nichts ist Hört mal nachschauen Wir haben schon mal gesäuert, was wir fahren Ja, auch das ist wahr Die ersten Eier machen wir jetzt gleich Na, ich werde schon mal die großen Schlag drauf Oh, das sieht ganz gut aus, ich seh die Eier von hier Ich schau mal die 500er noch mal mit zu Ja, das ist die Luftunterstützung Ladung im Anschlug Das ist die Lärm Kader 1 ohne Nachschub beim Zerstörer Sehr schön Boah, geil Okay Markiere Karte, nur östlich, weit weg Setzt euch die Freiheit Das können wir durchbrücken Na gut Ich bin so weit weg Ich bin auch ganz warm Ich bin auch ganz warm Ich bin auch ganz warm Wir hätten den Hebelhebel machen, ich krieg gar nix. Oh, sieht doch ganz gut aus. So, die Eier haben wir ein bisschen hin. Nach oben oder nach unten? Nach unten. Ziel lokalisiert. Nordöstlich. Oh, und Cockrock. Parkiere Position. Östlich. Cockrock, Mundreiter, Station. Sehr gut. Hab was gefunden. Nächste Probe. Okay, ich hab hier ein Nest. Ich werd mal... Ah, fuck. In zwei Sekunden ist die 500 Kilo Bombe da ready. Alter, wo kam die denn her? Alter, wo kam die denn her? Ich bin bereit, sogar frei. Drehst du mich frei, halt! Okay, ich hab die Probe. Ich helf euch. Alles gut. Ich seh' nix. Ich seh' nix. Oh Gott. Das ist meine Stahlwart eigentlich. Ich kümmer mich. Okay, ich kümmer mich mal noch um die letzten beiden Löcher. Ah, da ist sie ja. Die Raider Station. Wer rückt? Wer rückt? Wer rückt? Wer rückt? Wer fährt nicht? Okay, dann ist hier ein Nest. Ja, erstmal zur Radar Station. Nee, jetzt das Nest. Wir wissen aber gar nicht, wo das ist. Der kam aber von da. Oh, Hilfe. Oh, scheiße. Gettling. Alter, wie er fliegt. Das ist ein wenig Demokratie. Seine Fuß von der Demokratie. Da kommt ein Sturm mal gleich. Oh, hinter uns. Oh, du kannst am Orbital schlackern. Füße schon alle. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Achst du, du musst sie drücken? Nein, nein, nein. Du musst sie drücken. Keine Muni mehr. Ich hab auch nur ein Robili. Unter uns ist das Ding hier. Stärkung. Nice. Und baut dann demnächst. Oh, nein. Alter. Oh, nein. Oh, mein Gott. Wie krank der Ragnar ist. Lassen wir mal bitte auch einen übrig. Taktik Ausrüstung im Nähe und Umfeld. Wir werden endlich eingeschätzt. Bist du genommen? Ja, du kannst noch nehmen. Ich bin voll. Ich schmeiß auch mal. Ich schmeiß auch mal. Ich schmeiß auch mal. Ich schmeiß auch mal meine Schützen. Sie sind lokalisiert. Sie sind öffentlich. 20 Seconds, Timmy. Ja. Ich bin am Turbital. Noch 30 Minuten für die Mission. Hey, Muni. Der Speer. Der Speer. Oh, und da hinten sich auch noch was. Sie lokalisieren. Äh. Digga übertragen. Station. Okay, ich drehe gleich. Jo, einmal 100 Aktion. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja bitte geschützt. Jo. Jo. Das kommt hier unten. Das kommt hier unten. Was für den Ding? Redrock? Ne, erstmal die Eier. Der blaue Stahl. Erstmal müssen wir die Eier machen. So ein Railgun? Ja. Railgun? Stalwart meinste. Stalwart? Herr damit. Fordere Unterstößungswaffe an. Ja bitte Orbitalfeuer. Dann springen. Ja, erstmal die Eier. Das stimmt. Positioniere Pin. Merkle 100 Meter. Dann machen wir die Arti und dat und dat. nicht. Dann schau dich wieder. Nicht dazu da ran. Ne, ne. Noi. Oh shit. Oh, nice. Ich glaube ich kann sie von hier wegballern, mal gucken. Alter, und wir haben noch mehr? Ich mach mal eine 500er already. Oh nein. Ihr werdet uns niemals unser Leben sektiert. Nein! Eliminated vom Profifuckateur. Das ist der letzte Vollidiot, den würd ich nie wieder spielen. Ich mach die letzten Eier. Muss aber einmal rumlaufen. Ich muss nachschubolen. Oh fuck. Wir sind ein Nest. Okay, ich bin drin. Oh mein Gott. Oh, nice. Ich bin da hinter den Gätscheln. Das ist richtig. Da bist du nicht. Und dann verfolgen das Ding. So, was wollen wir das nächste Mal machen? Wir haben... Ah ja. Sehtlich. 500 Meter. Haben wir doch schon. Eier. 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 Taktikausrüstung nahe Eier-Position. Offer-Credits. heute ein bisschen langsam enge ich mache hier schon mal geschütze meistens kommen die ich sage es ist es es ist aber Ich aktiviere. Ich bin am Terminal. Okay, Initierung läuft. Und ready. Sehr gut. Die illegalen Übertragung wurde von mir. Oh Gott. Du hast ihn schnell genug weggemacht. Das ist alles gestört. Das müssen wir dann auch die manuelle Anwalt machen. Ich bin am Terminal. Ich bin am Terminal. Okay, ich hole mal einen Nachschub. Wir können auch erst mal so umrennen. Guck mal auf die Karte. Schösschen. Letztes Nachladen. Ich bin am Terminal. Okay. Ich halte ihn schnell. Ich halte ihn. Ich halte ihn. Ich halte ihn. Ich halte ihn. Aua! Wirft der jetzt weiter? Kann das sein? Was ist denn das Gefühl? Also Richtung Süden sind auch noch Diamanten, die würde ich nicht mitnehmen, ne? Okay, dann gehen wir die Route, die ich eigentlich machen wollte, aber keiner mehr zuhören. Also nach Süden und dann Richtung Westen die fünf Dinger mitnehmen und dann, genau, Eier und dann das Nest machen, ne? Die beiden Party! Taktiker! Oha! Ich weiß gar nicht, ob der One ist. Er will der Orbital Schlag! Stürmer! Stürmer! Es nur nicht! Ich würde schon suchen! Ja ich habe es nur getestet! Ja klar, warum nicht! Äh, hier vorne haben wir noch was? Nein! Doch! Idee! Ich kann Leon machen! Das stimmt hier, riecht irgendwas! Leckeres! Wo ist denn der Pfanne? Ja! Auch lecker! Eigentlich den Stürmer getroffen, ja ne? Ja! Aber er lebt noch leider! Okay! Granate hat gereicht! Oh! Und Titan! Attack und Titan! Ich hab ihn mal aus! Oh Gott! Oh Gott nein! Oh shit! Ich habe ein Stürmermarsch! Oh! Alter! Ich habe was! Goal! Shit! So, hier ist irgendwo ein Stürmer, da vorne. Jo. Er ist gerade in dem. Steine. Jo. Okay, nice. Na toll. Die ist im Bunker. Ja, die ist so toll. Achso, weil du nachspielst. Egal. Ich würde gerne mal tiefer reingehen, in so'n Bunker. Ich will wissen, was dahinter ist. Das war geil, wenn da noch die Tür sich weiter öffnen könnte, ne? Vielleicht gibt's das aber nochmal mal rein. Mal gucken. Wenn jetzt hier der CEO wieder volle Kontrolle hat. Ja, wenn du den anschießt, ne? Okay. Wenn es blutet, kann man es töten. So, wie sieht's denn jetzt aus hier mit den... Ahja, da müssen wir ganz auch, ne? Boah, immer mit der Ruhe, ne, mein Freund? Er bitte Orbitalfeuer. Immer mit der Ruhe. Ich hab alles da weggeräumert. Er bitte Geschütz. Wir benötigen ein Geschütz. Glaub ich, hier waren wir noch nicht. Noch zu rein? Ne. Abzoll, der Durchbruch. Wer ist denn? Wir hätten eine Probe gesammelt. Probe gesammelt. Die Typen. Die Zahn. Oder Orbitalschlag an. Gibt's da noch? Noll. Ich glaube, wenn beide Dings hier stehen, ähm... Automatikbeschütz. Oh. Da war der direkt down. Oh, ich bin kein Boni mehr. Dort ist der Alkohol eigentlich. Na jo. Aber hier liegt auch noch was, glaube ich. Ja, egal. Ich bin jetzt da wieder zurückgetrackt. Fütz'n Halleschen. Ja. Die Eier downen, ne, nicht alle, ne? Ne, er hat vom relativ wenig erwischt, glaube ich. Halt. Die Feuer. Herr Scherco! Jetzt liegt ein Geschick. Ja. Der Dimmel. Ich stell mir eins hin. Hä? ich sehe die eier schon ich werfe da meine 500 da habe ich ja ok 32 Oh Scheiße, wir haben ja ein Problem Leute. Niemals durchgeladen ey. Immer denselben Fehler mach ich. Magazin leer. Das nicht. Okay, Pöschner Verstecke ist schonmal gut. Äh, Gatling. Oh, da kommt gleich welche. Wir werden nötigen eingeschützt. Wir werden nötigen eingeschützt. Wir werden nötigen eingeschützt. Als ob dieser verfickte Ruhrensohn von Stürmer sofort mein Geschütz kaputt macht. Sind sie schnell, ne? Ah, nein! Ich glaub wir in dein verficktes Geschütz rein. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Nehmt das! Geist mir den Feuch. Hast du schon mal mein Geschütz gesagt? Das ist ein gottverdammtes, verficktes Geschütz. Geist mir den Feuch. Geist mir den Feuch. Alter. Nein. Wir werden nötigen eingeschützt. Ey, wie viele Jäger hier sind, ne? Das ist ja unglaublich. Ey, hoch. Guck mal nach, guck. Die sind immer noch Purscher, Mori. Aber das... ...nächstes Kampf kommt? Ne, ja. Eigentlich müssen wir immer fahren. Guck mal hier. Ey, das ist der dritte Purscher da jetzt mir entgegengekommen. Ist hier noch eins? Vielleicht. Kann gut sein. Also auch Minya kommt dann, Mori. Jo. Boah. Nice. Aber es sind noch nicht alles weg. Oh nein. Hier läuft auf jeden Fall noch Purscher rum. Einfach alle zu den Eiern und dann... Ja. Alter. Rückenmassage. Freiheit hat gesiegt. Auf zum Evakuierungspunkt. Ich hab gar keinen Damage gekriegt. Ich bin immun gegen deine Baby-Serie. Ich hab deine Eben geschlagen. Ich schlage nicht. Oh, fuck, fuck. Handy ist auch gesagt. Ich bin immun. Dagegengeklagen. Ja. Oh. Das war nur der Luftzug deines... ...deines Schlages. Wursli. Ich glaub hier ist noch. Ich glaub hier ist noch. Guck mal ob hier noch... Ja, hier muss ja auch Purscher nicht sein. Aber zeigt eigentlich an, ne? Und da hat er auch gesagt, dass Purscher nicht... ... sei zerstört. Oh Gott. Jaja, ne das Ding ist... ... das kann ja auch sein, aber es... ... kann ja auch Zweig geben. Und es wird erst angezeigt, wenn man... ... entdeckt hat. Aber wir haben eigentlich diese... Ja, mein ich doch. Dass das anzeigt, ne? Ja. Hui. Oh mein Gott. Mh, Mann ey. Sind so schnell. Alter, wir werden jetzt so überran. Die Pisser so dran sind. Hab eigentlich ganz gute Ressourcen. Wir sollten da mitnehmen. Hm, so ist ein Tropi. Tod. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Kostet ein wenig. Tauch ins Gefecht. Wir benötigen ein Geschütz. Noch 10 mal achten für die Mission. Jetzt sind wir geschützt. Klappfuhr! Nehmt das! Ladena! Er wird geschützt! Wollen wir mal auf dem Dings gucken. Auf der Karte, wo mein Zeug liegt. Da vorne. Direkt. Kriegst du mich gerade. Westlich. 50 Meter. Das kriegen wir schon hin. Ich seh's schon. Visuell. Okay. Wollen wir dann evakuieren? Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Komisch. Mit dem... Scheiß Viechern. Ah, diese Kölscher da, das vorhin kommt. Ah, diese Kölscher da, das vorhin kommt. Ach so, ja. Ach so, ja. Er ist da! Wir benötigen ein Geschütz! Ach Gott, weil du mich treiße! Schiene. Schiene. Los raus erstmal! Mega Aufmerksamkeit! Voll spät! Alles leer! Voi! Guardians of the galaxy stay собрать! Alle guck'n! Uuuuui nursing. Uuuui ne? Ihr werdet uns niemals unser Leben deckieren! Weeee! Ach ja! Das kommt jetzt wieder dahin zurück to heart! Was ist da noch zeigen...? Daddy…. eine kleine kleine patrouille gehabt okay und das ist ein sturm bei uns so da sieht man noch nicht mal die karte oh da haben wir auf jeden fall remy demy und da ist ein sturm ich würde es machen Faktunnel durchbruch! 2 Komma! Evakuierungsschattel Ratu! Er bin der Geschütz! Wir benötigen ein Geschütz! Einkommenszeit, D-minus 1.30 Uhr. Okay, Gatling. Ach so, hinter dir kommen zwei Geschütze. Wir benötigen ein Geschütz! Gatling! Gatling! No, Alter! Leben am Limit! Hast du das gesehen? Ega! Kostet ein wenig! Weidung! Loll! Alter, wie hat er auf dem Jüge gekriegt? Nicht weg durch die Freiheit! Nicht weg durch die Freiheit! Nicht weg durch die Freiheit! Nicht weg! Nicht weg! Nimm das ja Noten! Ich habe schon wieder Angst! Komm, dein Sohn ärgert mich immer! Was darfst du? Ich will nicht mehr spielen mit ihm! Ankunftszeit, D-minus 10 Sekunden! Landezone auf! Ja! Wie der Blick! 50 Meter! Uiiii! Er ist Pelikan 1! Ich kann die Evakuierungszone sehen! Wie weit kann ich gewerzen? Ja, vielleicht kann sie eh spielen, aber... Ja, richtig geil! Boah, ja! Entdeckung! Alter! Wer ist denn? Oder? Ne? Ouh, Leiche! Wie der Laser... Wie der... Leichenschen... Wie der Laser... Der Laser-Dog einfach... Die in der Luft zerfetzt, ne? Komm rein da. Evakuierung abgeschlossen. Helikan 1 in den Abbruch. Unser Sieg stammt außer zweit. Erdniss. So, der Start war episch. Der Start war heftig. Wir hatten eben jetzt halt Ruhe, ne? Ah, das stimmt auch wieder. Aber auch wieder gute Proben mitgenommen. Ja, aber eben. der profi 3000 verluste zwei spritzen benutzt das haben schön zurückgehalten nächste hier kommen sieben kilometer nicht so immer laufen immer laufen sie diese orangen dinge habe dafür geht noch ein bisschen eine schnelle du bringst die demokratie doch wie viele gedanken verbrechen haben sie gemeldet denken sie daran echte helden kämpfen an allen fronten auch an jener im inneren roboter sind keine lebewesen es sind waffen die auf unsere zerstörung aus sind und wie besiegt man eine tödliche waffe mit einer noch tödlicheren waffe fordern sie ihr exemplar noch heute ein mhm